Wie Sie Ihre Teilnehmer per E-Mail zur Umfrage einladen. Wenn Sie Ihre Umfrage erstellt haben, haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Teilnehmer einzuladen. In einem anderen Video habe ich kurz darauf eingegangen, wie Sie über den Bereich Teilnehmer einladen mit dem Umfrage-Link eigenständig arbeiten können. Dazu bieten wir Ihnen aber auch noch zu weiteren Links, die Sie eigenständig nutzen können, auch die Möglichkeit der E-Mail-Einladung an. Das heißt, die Einladungen zu der Umfrage werden über Easy-Feedback versendet. Das heißt, Sie brauchen kein eigenes Mailing-Tool oder Ähnliches. Das können wir alles hier über Easy-Feedback gestalten. Sie müssen es nicht nutzen, aber Sie können es gerne nutzen. Das hat auch weitere Vorteile, dass wir Ihnen Statistiken anzeigen können. Das heißt, wir können Ihnen anzeigen, wie viele Personen haben die E-Mail erhalten, die Einladung erhalten, aber auch, wie viele Personen haben auf den Link geklickt, wie viele Personen haben die Umfrage abgeschlossen und darüber auch Erinnerungs-Mails schicken. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Die Basis dafür ist eine Teilnehmerliste. Das heißt, wir brauchen immer einen Datensatz, an dem wir das natürlich auch senden können. Dafür haben wir hier oben den Bereich Teilnehmerlisten. Wenn Sie hier draufklicken, können Sie hier Ihre eigenen Listen verwalten. Sie können beliebig viele Listen anlegen. Das ist jetzt frei von Ihnen gestaltet. Exemplarisch haben wir jetzt hier schon mal eine Liste angelegt. Das wäre jetzt für eine Mitarbeiterumfrage. Das ist aber jetzt erstmal egal. Wenn Sie die öffnen, kommen wir hier direkt in den Datensatz der Liste. Das heißt, die E-Mail-Adresse ist immer notwendig. Ganz klar, sonst können wir keine E-Mail versenden. Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, Anrede, Vorname, Nachname zu setzen. Das sind Angaben für die Personalisierung in der Ansprache. Das hat noch nichts mit Personalisierung der Ergebnisse zu tun. Das ist getrennt und können auch noch weitere Spalten setzen. Hier in der Spalte Referenztext, die ist auch rot markiert, startet eine Personalisierung. Das heißt, alle Angaben, die wir hier reinsetzen in diese Spalte, werden mit den Ergebnissen in Verbindung gebracht. Das heißt, wenn Sie die Befragung trotzdem anonym durchführen möchten, setzen Sie hier einfach nichts rein. Wenn Sie es aber personalisiert haben möchten, zum Beispiel eine Kundennummer oder ähnliches, können Sie das direkt hier reinsetzen bzw. in Ihre Excel-Liste vorbereiten, hochladen und dann hätten wir die Angaben. Die Liste kann von Ihnen jederzeit erweitert werden. Wenn Sie die das erste Mal anlegen, wird die leer sein. Ganz klar. Über den Plus-Button hier haben wir zwei Optionen. Wir können Gruppen hinzufügen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann hier ganz klassisch Teilnehmer. Im Bereich Teilnehmer hinzufügen haben wir das Ganze manuell. Das heißt, wir können jetzt hier über die Eingabe der E-Mail Anrede, Vorname, Nachname, mindestens E-Mail. Die restlichen Daten müssen wir nicht haben. Können wir die Teilnehmer manuell hinzufügen oder wir können die aber auch importieren. Für das Importieren bieten wir Ihnen hier drei Vorlagen an. Die können Sie per Klick einfach downloaden. Dann sehen Sie da drin den Strukturaufbau und befüllen die dann einfach mit Ihren Daten. Danach wählen Sie die Datei wieder aus und laden sie hoch und die Teilnehmer werden importiert. Also relativ einfach und flexibel. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihre Listen befüllen können. Sie können später auch in der Liste suchen. Je nachdem, wie groß diese Liste ist, haben Sie hier vielleicht schon entdeckt. Es gibt so ein kleines Suche-Icon. Da können Sie nach Teilnehmern suchen, um die direkt zu bearbeiten. Können Sie auch hier vornehmen oder auch löschen. Das ist gar kein Problem. Ich habe jetzt eben davon gesprochen, dass wir Spalten haben. Diese Spalten sind von uns schon mal vorgegeben. Sie können aber weitere Spalten benutzen. Wenn Sie die Datei hochladen, hier haben Sie jetzt zum Beispiel einmal die Tablet-Datei auch noch mal zur Verfügung. Da könnten Sie die auch anreichern und wieder hochladen. Können Sie in Excel die Spalten einfach weitere Spalten benutzen mit einer Spaltenbeschriftung und dann halt die Werte und die nächste Spalte und so weiter und so fort. Beim Import wird das hier automatisch gesetzt. Das heißt, Sie müssen das hier nicht vorher definieren im System, sondern Sie können es einfach hochjagen und dann kommt sie an. Andersrum ist es aber auch möglich, dass Sie hier Spalten über Plus einfach hinzufügen. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt haben wir eine neue Spalte New 1 und die könnte ich jetzt umbenennen in Kundennummer zum Beispiel. Ich mache noch eine zweite, die heißt jetzt beispielsweise Region. Das sind dann meine zusätzlichen Daten, die ich pro Teilnehmer hier hochlade. Warum überhaupt? Wir können pro Teilnehmer x-beliebige Daten oder Angaben noch dazulegen und diese Angaben, die wir hier hinten tätigen oder auch die Referenznennung, die steht uns in der Auswertung zum Filtern wieder zur Verfügung. Das heißt, wir haben Kundennummern oder einfaches Beispiel Region. Wir haben hier Regionsangaben und möchten dann nach diesen Regionen die Ergebnisse filtern. Dann könnten wir sagen, bitte zeige ich mir alle Ergebnisse, die unter Region Nord, Ost, Süd oder was auch immer stehen haben und dann kann ich das Ergebnis filtern. Dafür ist es sehr interessant, dass man hier weitere Daten anreichert. Auf diesem Wege würden Sie jetzt hier Ihre Liste aufbauen und immer weiter füllen. Das ist ganz komfortabel. Hier oben sehen Sie schon so eine Gruppierung. Das ist jetzt ein anderes Thema nochmal. Warum die? Aber ich kann Ihnen das zeigen mit Plus Gruppe. Da können Sie hier eine Gruppe auswählen. Wir machen jetzt mal Region Nord als Beispiel. Die heißt so und jetzt habe ich eine Gruppierung in meiner Liste. Also ich habe meine Liste und ich habe hier die Gruppierung und in dieser Gruppierung kann ich jetzt Teilnehmer hinzufügen. Das kann ich tun, indem ich die aus meiner Liste auswähle. Das heißt, meine Liste ist mein Hauptdatensatz und daraus wähle ich Gruppierungen. Das sind die drei, die picke ich aus und füge sie hinzu. Ich kann die auch manuell noch komplett neu hinzufügen oder auch importieren. Also beide Möglichkeiten gibt es oder alle drei Möglichkeiten gibt es. Der Vorteil ist einfach, wenn wir Gruppen anlegen, können wir auch Gruppen explizit einzeln einladen. Sie können so diesen Datensatz immer weiter gefüllen und wachsen lassen und daraus Gruppen bilden und diese Gruppen den Einzelnen zur Umfrage einladen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir sind im Bereich Teilnehmer einladen. Wir möchten die Teilnehmer per E-Mail einladen und als Basis ist die Teilnehmerliste. So wie Sie sie anlegen, haben Sie jetzt hier gesehen. Das ist relativ einfach. Vergeben Sie hier oben möglichst einen eindeutigen Namen, damit wir das gleich wiederfinden können. Wir gehen in die Übersicht. Wir nehmen unsere Umfrage, zu der wir einladen wollen. Wir klicken in den Bereich Teilnehmer einladen und klicken hier auf E-Mail Einladung. Wir können jetzt pro Umfrage x-belebig viele Listen hinzufügen oder auch Gruppierung und die nacheinander oder immer wieder oder in mehreren Sprachen oder mit verschiedenen Texten einladen. Dafür kann man jetzt einfach beliebig viele Listen hier hinzufügen und diese Einladung senden. Mit Plus wählen wir die Liste aus. Wir können dann sagen, gesamte Liste oder die Gruppen, das ist unsere Region Nord beispielsweise, die wählen wir aus und fügen die hinzu. Jetzt wird die Liste dieser Umfrage hinzugefügt mit der Region Nord und beim Klick darauf öffnen sich die E-Mail Einladung. Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Einladungstext zu schreiben. Das ist jetzt von uns schon mal ein bisschen vorgegeben. Hier sehen wir wieder Anrede, Vorname, Nachname. Das sind Platzhalter, die wir automatisch befüllen können mit den Angaben aus der Liste. Wenn Sie die nicht genutzt haben, können Sie das auch einfach herauslöschen. Das ist Ihnen überlassen, wie Sie andere ansprechen möchten. Wir können auch nur Anrede, Nachname setzen. Das ist auch flexibel, auch möglich und so können Sie das relativ flexibel aufbauen. Hier unten sehen Sie den Link. Den bitte einfach so lassen. Der Platzhalter-Link braucht nicht verändert werden. Das macht das System automatisch. Da haben Sie nichts mehr zu tun und müssen sich darum kümmern. Das können Sie so lassen. Sie können auch noch Dateien anhängen. Das ist hier auch möglich. Drei Stück A2MW, falls Sie da was mitsenden möchten. Der Name des Absenders wäre jetzt die Firma beispielsweise. Dann können wir hier die E-Mail-Adresse platzieren, die dem Empfänger angezeigt wird, von wo aus gesendet wurde und haben hier noch eine Betreffzeile. Das ist Einladung zur Umfrage in diesem Beispiel. Dann speichern wir das Ganze. Ganz wichtig, dass wir speichern, sonst ist es nicht vorhanden. Hier oben wird uns das Speichern auch angezeigt. Wir haben hier rechts auch die Möglichkeit, einen Erinnerungstext zu setzen, auch wieder mit denselben Angaben oder auch andere Angaben. Der Text weicht ja meistens ein bisschen ab. Das können Sie hier beides vordefinieren. Auf der rechten Seite hier unten sehen Sie noch mal die möglichen Platzhalter, die zur Verfügung stehen. Als kleine Hilfestellung könnten Sie einfach hier markieren, rauskopieren und dann hier drüben wieder einsetzen. Also relativ simpel. Darunter finden wir jetzt die Senderoptionen. Wir bieten Ihnen hier fünf verschiedene Senderoptionen an. Die erste Option ist alle Teilnehmer. Ganz klar, das ist auch die Hauptfunktion, die Sie nutzen, wenn Sie einladen. Sie wählen die aus und senden dann alle Teilnehmer die E-Mails. Die zweite Funktion wäre alle Teilnehmer, die noch keine Einladung erhalten haben. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Liste permanent erweitern, dann möchten Sie hier nicht alle anschreiben, sondern wirklich nur ein Teil davon, also die Neuen. Dann könnten Sie die auswählen. Das sind jetzt auch drei, weil wir ja an alle noch keine gesendet haben. Dann haben wir die erste Erinnerungsfunktion. Alle Teilnehmer, die noch nicht an der Umfrage teilgenommen haben, aber bereits eine Einladung erhalten haben. Das ist so ganz klassisch. Die haben nicht darauf reagiert. Dann können wir die nochmal ansprechen. Und die zweite Erinnerungsfunktion ist alle Teilnehmer, die bereits an der Umfrage teilgenommen haben, aber die sind noch nicht beendet. Das heißt, der Teilnehmer hat unterwegs aufgehört, abgebrochen etc. und wir möchten ihn nochmal dazu animieren, dass er doch die Teilnahme beendet. Die letzte Option, das sind ausgewählte. Ich habe hier unten meine Liste, die Empfängerliste. Das ist unsere Teilnehmerliste. Ich kann jetzt hier einzelne wieder auswählen. Sie sehen dann hier die Eins und kann sagen, an diese Person nochmal eine E-Mail senden. Nochmal eine E-Mail senden, in jedem Fall, den wir senden. Es wird immer der gleiche Link versendet. Da machen Sie sich da keine Gedanken. Das System macht das alles automatisch und die Teilnahme kann unterbrochen werden, kann auch später wieder fortgeführt werden. Also da brauchen Sie sich eigentlich keine Gedanken machen. Das funktioniert direkt. Das heißt, ich habe hier meine fünf Senderoptionen. Das sind auch die Senderoptionen, die direkt stattfinden. Das heißt, ich wähle das aus, klicke auf Einladung, jetzt versenden und jetzt wird die E-Mail versendet. Bevor Sie das tun, können Sie auch gerne eine Test-Mail an sich selber senden. Das heißt, geben Sie hier Ihre Daten ein, Ihre E-Mail-Adresse, senden und dann können Sie sich das anschauen, bevor es losgeht. Wir haben noch die Möglichkeit, den Versand zu terminieren. Das heißt, wenn Sie Sonntagabend um 18 Uhr, wenn viele zu Hause sind, Ihre Kunden befragen möchten und nicht gerade auf dem Rechner sitzen möchten, dann können Sie das hier terminieren. Das heißt, wir haben hier links fünf Senderoptionen. Das ist eine manuelle. Deswegen sehen wir hier nur vier. Wir wählen die erste Senderoption aus. Wir wählen das Datum. Das wäre jetzt der Sonntag um 18 Uhr. Speichern das Ganze und dann sehen wir hier schon am fünften, siebten, 18 Uhr bevorstehender Versand von drei Einladungen. Das sind alle unsere Teilnehmer. Erste Senderoption. So einfach terminieren Sie das. Dann findet das automatisch statt und Sie müssen sich nicht weiter darum kümmern. Sie können natürlich auch schon die Erinnerung terminieren, dass Sie sagen, okay, am Sonntag, die Woche drauf, möchten wir dann die Erinnerung versenden. Das werden der zwölfte, auch wieder 18 Uhr. Ich habe den dritten Klick vergessen. So wie ich das jetzt mache, können Sie das auch wieder löschen. Das heißt, wenn Sie eine Falscheingabe getätigt haben, löschen Sie die Senderoption einfach wieder raus. Wir klicken nochmal. Zwölfter, 18 Uhr. Alle drei. Genau. Speichern. Jetzt sehen wir am 12.07. bevorstehender Versand von null Erinnerung, weil noch hat keine Einladung stattgefunden. Da können wir noch keine erinnern. Diese Zahl wird sich aber mit dem Laufe der Zeit immer aktualisieren und dann dementsprechend an die versenden. Wenn Sie jetzt permanent immer wieder Einladungen zwischendurch senden, ist das Terminieren der Erinnerung immer ein bisschen unpraktisch, weil da müssen Sie von heute plus x von morgen plus x und so weiter. Das macht nicht so viel Spaß. Dann können Sie das Ganze auch automatisieren. Das heißt, wir können sagen, automatischer Versand von Erinnerung x Tage, 7 Tage, ausgehend vom ersten Einladungsdatum. Das heißt, die erste Einladung wird gesendet und sieben Tage später automatisch die Erinnerung, wenn noch nicht teilgenommen wurde bzw. wenn nicht abgeschlossen wurde. Wir haben nämlich hier die Sendeoption 3, das ist diese hier, die Sendeoption 4, das ist diese hier oder 3 und 4. Also je nachdem, was wir denn wollen, können wir hier einstellen, welche Option greifen soll und dann wird das versendet. Das können wir auch noch mal hinzufügen. Das Ganze wird ein bisschen voll jetzt. Das Ganze macht auch nicht mehr so viel Sinn, aber das einfach mal um das zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich lösche das hier wieder raus, weil das Ganze nicht stattfinden soll. Wir sind ja nur in der Demo. Hier unten in der Empfängerliste sehen Sie noch mal per E-Mail die Empfänger und hier auch noch mal der Hinweis, es ist keine Personalisierung. Solange wir unter Referenztext keine personenbezogenen Daten eingeben haben, wissen wir nicht, wer am Ende teilgenommen hat. Wir sehen nur, wann wurde die erste Einladung versendet, zweite und dritte, wurde auf den Link geklickt und hat die Person die Umfrage abgeschlossen. Hier auch noch mal die kleine Information über die Anonymitätsfunktion, die wir im Tool haben. Wenn Sie die aktivieren, werden Ihnen die beiden Spalten hier nicht mehr angezeigt. Das heißt, Sie sehen zwar noch, wir haben Einladung versendet, ja, richtig, aber nicht mehr, wann die Teilnahme erfolgte. Das ist ein Teil der Anonymisierung, um da mehr Schutz für die Teilnehmer zu liefern. Ansonsten kann ich Ihnen vielleicht noch einen kleinen Tipp mitgeben. Es kann passieren, dass die E-Mail nicht zugestellt wird. Also was heißt, es kann passieren? Also oftmals erleben wir das oder eigentlich erleben wir das nur, wenn Mitarbeiter Befragungen gemacht werden, hat einfach den folgenden Hintergrund. Das heißt, Sie tragen hier Muster-at-company.com ein und Ihre Teilnehmer hier unten haben auch die gleiche E-Mail-Adresse, weil das sind ja Ihre Kollegen. Das sind ja Max-at-company, Susi-at-company und so weiter und so fort. Was jetzt passiert ist, Sie senden, oder was jetzt passieren wird, Sie senden über Easy Feedback, über den Mail-Server von Easy Feedback eine E-Mail an company.com. Das ist Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Firmen-E-Mail-Adresse. Also Ihre Absender-Adresse ist die gleiche Adresse wie die Empfänger-Adresse hier unten. Aber Sie senden das nicht über Ihren Mail-Server, sondern über unseren Mail-Server. Je nachdem, wie Ihr Mail-Server bei Ihnen in der Firma eingestellt ist, kann das dazu führen, dass diese E-Mail nicht ankommt oder als Spam gekennzeichnet wird. Das hat den einfachen Grund, weil Absender-Server und Absender-E-Mail-Adresse nicht zusammengehören. Macht ja auch Sinn. Es geht ja darum, dass die ganzen Spammer der Welt, die uns das Leben hier schwer machen, die tarnen sich als Firma XY und das Ganze wird versendet von einem Server von irgendwo. Das ist halt klassische Spamming. Das ist hier auch der klassische Aufbau. Es ist unser Mail-Server, es ist Ihre E-Mail-Adresse. Wenn Sie es dann sich selber noch intern schicken, dann sagt Ihr Mail-Server, okay, diese E-Mail müsste eigentlich von intern kommen, aber die kommt von außen. Irgendwas stimmt hier nicht, die lasse ich nicht durch. Das kann passieren, das können wir auch nicht verändern. Das ist einfach so geschuldet von den ganzen Personen da draußen, die der Meinung sind, die müssten damit irgendwas machen. Wir können das aber verbessern. Und zwar gibt es dafür einen SPF-Record, nennt es sich. Den können Sie bei sich in der IT-Abteilung setzen und der authentifiziert den Versand über den Easy-Feedback-Mail-Server. Und dann kommen die E-Mails auch wieder an. Ich möchte Ihnen das nur als kleinen Hinweis geben. Das kann passieren. Das kann auch passieren, dass es als Spam eingestuft wird. Und jetzt haben Sie verstanden, warum das so ist. Gerne können Sie auf uns zukommen, wenn Sie da Fragen haben. Wir helfen Ihnen da gerne weiter. Ansonsten wünsche ich Ihnen an der Stelle viel Spaß bei Ihren E-Mail-Einladungen. Schreiben Sie schöne Texte, animieren Sie Ihre Teilnehmer, dann erhalten Sie auch gute Ergebnisse.